Bist du Nina? Ja, und du Martin. Darf ich? Klar, setz dich. Willst du was trinken? Entschuldige, ich bin irgendwie nervös. Ich hab so etwas noch nie gemacht. Ich auch nicht. Oh Gott sei Dank, dann stottern wir wenigstens beide. Genau. Du siehst wirklich, genau aus wie auf dem Foto. Ja, ich meine, man hört ja alles Mögliche. Du denkst, du bist mit Robert Redford verabredet und auf einmal steht Steve Höckel vor dir oder so. Na wirklich, wirklich, ich meine, kannst du mir schon glauben. Ich rede zu viel. Oder? Sehr schön. Vielleicht brauchen wir noch ein Mittelding. Ja, eine machen wir. So. Was wir sehen? Hackfleischbärchen in Eizitronensoße. Ich hoffe, sie mögen Knoblauch, sonst bin ich geliefert. Jetzt schütten wir nur noch die Soße. Und jetzt schütten wir nur noch die Soße in den Ausguss. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Ich schütte dir darüber ein paar Sachen. Ich schütte dir den Schουν. Ich schütte dich. Ich schütte dich. Ich schütte dir Leute. Ich schütte dich, ich schütte dich. Ich schütte dich. Ich schütte dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017